über fünf kleine Perlen für Deutsch als Zweitsprache und damit allgemein für den Fremdsprachenunterricht, die ich hin zum Deutschlern nutze, möchte ich gerne sprechen. Das sind drei Angebote von großartigen Bildern unter CC0. Das ist einmal Birgit Niel, die das im eigenen Unterricht nutzt. Das ist Wort.schule mit einer großen Zahl großartig gezeichneter Bilder. Und das ist Christine Pannen, die auf Moodle Lab ihre selbstgezeichneten Bilder zur Verfügung stellt. Dazu kommen CC BY SA, Angebote von Anissa DLV, die diese Zeichnungen für ihren eigenen Grundschulunterricht erstellt hat. Und zuletzt möchte ich gerne nennen ein Angebot aus Hamburg, vom Lee.Hamburg. Dort ist für das grammatische Geländer eine Materialsammlung erstellt worden, mit wirklich auch wieder großartigen Zeichnungen, die Verben und vieles andere darstellen, auch grammatische Zusammenhänge. Und das ist auf Nachfrage unter CC BY zur Verfügung gestellt worden. Ich möchte einfach betonen, es lohnt sich vielleicht einfach nachzufragen, wenn man irgendwo großartige Zeichnungen, Bilder oder Materialien findet, ob das nicht auch unter freien Lizenzen zur Verfügung gestellt werden kann. Das Lee Hamburg fühlt sich der Kultur des Teilens verpflichtet, hatte aber diese freie Lizenz nicht vermerkt. Auf Nachfrage wurde mir bestätigt, dass CC BY gilt. Bravo, das ist toll. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.